Er hat sich einiges vorgenommen und es ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass der Kapitän mit gutem Beispiel einfach vorangeht. Sie ist es, schön gespielt. Bukka ist schnell da, guter Ball will Wego, jetzt haben sie ihn frei, Couser. Noch immer zwei Punkte Rückstand für Bamberg. Schön gespielt, Cedovic aber gut rotiert. Och, die Bamberger bewegen den Ball einfach. Ebenbürtig aus meiner Sicht bewegen. Couser. Elf Punkte für die Bayern, elf Punkte für die Bamberger im Viertel Nummer drei. Couser. Am Rande bemerken, nicht auf allen Plätzen lagen diese Handtücher. Dort, wo die paar Bayern-Fans unterm Dach sitzen und keine Handtücher draufgelegt. Keine Geschenke an die Gäste. Die Bayern mit Defensivaktionen, aber nicht gegen die. Wenn da direkt kein Spieler zwischen ihm um den Korb steht, kaum zu verteilen. O teams nach 3500-12 compared to Bayern plus 1, bpmp自 Cela. So wenn sie immer hoch опыт ¡King then to his great Champions! An die .... Klingt immer so einfach, naja dats muss man zum Korb zieh beim Basketball aber... dass hatten die Bayern wirklich sehr sehr wenig gemacht, im Spiel 1. Sie haben sich zu passiv da vor�ób´. Das war eine sehr schöne Passstafette bei den, mal so desaströs wie im ersten Viertel. Das wäre schon überraschend gewesen. Couser, hat er sich kurz vertreten, sag ich mal. Viel Selbstvertrauen. Fast jeder Angriff bei den Bayern bisher von Erfolg gekrönt. Couser, also es ist nicht ein Überall. Wieder zum Korb gezogen, wieder erfolgreich. 15 Punkte in vier Minuten. Also, das ist ein sehr, da kommt für Taylor, Reggie Redding. Couser für drei. Er will schon über die linke Hand zu gehen, möglichst weit weg von Tice, aber das reicht nicht. Doch mal das Gleiche, schauen Sie. Couser. Also, der Franzose hier gegen Alba Berlin gehabt. So, immer noch Couser, den ziehen sie natürlich jetzt hier durch. Boah, mit Saul. Wahnsinn. Das kann das Anspiel. Sieht natürlich gut aus. Loh mit dem klasse Stil. Drei gegen zwei Überzahl. Couser. Ja, logischerweise, dass der zieht mit dem Selbstvertrauen. Und der überspringt hier die 20. Und Bamberg mit der Chance zum Ausgleich oder gar zu führen. Strelix. Sieben Sekunden auf der Uhr. Couser, linke Seite, Couser, linke Seite, Couser, linke Seite. Ausgleich, Ausgleich. Und... Ja, logischerweise, linke Seite, Couser, 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 linke Seite, Couser Tja, 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 Tja! Vielen Dank.